Tschakalaka-Boom, Leute, zweieinhalb Jahre Weltreise auf dem Motorrad. Was gibt es da so Negatives? Ich zeige ja auf meinem Kanal viel Positives, aber finde es wichtig, gerade auch als allein reisendes, junges Mädchen vielleicht auch die negativen Seiten zu beleuchten für die Menschen, die selber darüber nachdenken, reisen zu gehen. Und natürlich ist es so, dass wenn du so lange reisen bist und alleine bist und wenig Menschen um dich herum hast, dass du auch Gefahren begegnest. Gerade fremden Menschen gegenüber weißt du nie, welche Menschen auf dich treffen. Wie oft bin ich auf schlechte Menschen, wie oft auf gute Menschen getroffen, wo ich leider auch sexuelle Gewalt erfahren musste. Und solche Dinge habe ich bisher wenig beleuchtet. Ich habe wenig darüber gesprochen, wie es ist, nicht zu essen mal für ein, zwei Tage, weil du das Geld nicht hast. Ich habe wenig darüber geredet, wie ist es zu frieren, zu schwitzen, wie ist das nicht wirklich klarzukommen, wie ist das, wenn du keinen Schlafplatz findest, wie ist das in der freien Natur zu leben, wie ist das eigentlich alles? Und darauf möchte ich jetzt mehr eingehen.